Fürstin Karlenne plus Fürst Albert, zeigen sich im Partnerlook. Die letzten Wochen waren nicht einfach für Fürstin Karlenne, 45, und Fürst Albert. 65. Immer wieder kamen in der Presse Krisengerüchte auf, die der Palast auf Anfrage von Royal Central sogar erstmalig eindeutig zurückgewiesen hat. Doch das Paar wird seitdem kritisch beäugt, alle Fotos von offiziellen Terminen akribisch analysiert. Ein möglicher Grund, warum sich Fürstin Karlenne und Fürst Albert zu ihrem jüngsten Termin in einem optisch stimmigen Bild gezeigt haben. Das Paar besuchte am Samstag, 22. April 2023, das 11. Saint-Devout-Tournier im Louis II-Stadion in Monaco, und erschien dabei im Partnerlook. Während Karlenne auf eine weiße Anzughose mit passendem Oberteil setzte und darüber einen dunkelblauen Bläser kombinierte, trug Albert einen ganz ähnlichen Look aus weißem Hemd, dunkelblauen Jackett und hellgrauer Hose. Seine dunkelrote Krawatte harmonierte perfekt zu Karlennes roten Lippen sowie ihren ebenfalls rot lackierten Nägeln. Auch ihre Kinder, das Zwillingspaar Prinz Jacques und Prinzessin Gabriela, beide acht, fügten sich dem Dresscode ihrer Eltern. Während sich Gabriela das Spiel in einem weißen Kleid mit röschen Details und einem dunkelblauen Cardigan ansah, erschien ihr Bruder in einer weißen Leinenhose und einem hellblauen Jackett. Die royalen Looks der vergangenen Woche sehen Sie hier.